Das Jahr neigt sich dem Ende und deswegen wird es Zeit für meine persönlichen Technik-Highlights. Es sind dieses Jahr nicht sonderlich viele, aber die, die mir eingefallen sind, die haben mich auch wirklich begeistert. Deswegen werde ich in diesem Video auf diese Produkte, auf diese Produktkategorien eingehen und gucken, ob diese vielleicht auch in Zukunft für die Technikwelt im Allgemeinen oder für mich persönlich eine Rolle spielen könnten. Viel Spaß! Wir beginnen chronologisch etwa Mitte des Jahres. Da kam das erste Produkt auf den Markt, das mich wirklich begeistert hat. Das ist ein Produkt aus dem Foto- bzw. Videografie-Bereich, die neue Sony Alpha 7S Mark III. Die hat sehr lange auf sich warten lassen. Die Alpha 7S Mark II kam ja Ende 2015 auf den Markt und fast fünf Jahre kam dann in diesem Bereich erstmal nicht. Es gab zwar andere gute Kameras von Sony, die Alpha 7 III dieses Jahr auch sehr gut verkauft hat, aber es gab keine Kamera, die explizite Qualitäten der Sony Alpha 7S Reihe, der Alpha 7S Serie gefördert hat. Und zwar vor allem die Low-Light-Performance oder generell das Verein dieser ganzen vielen Aspekte, die auch die anderen Kameras teilweise wirklich sehr gut gemacht haben. Der erste Vorteil beginnt bei der Sony Alpha 7S Mark III für mich persönlich von außen. Da hat man einige kleine Dinge verändert in der Ergonomie, sodass die Kamera auch von außen im Alltag ein wenig praktischer wird. Der Kopfhörer bzw. der Mikrofonanschluss ist nun nur unter einer kleinen Klappe. Man muss also nicht eine große Klappe aufmachen, um nur ein kleines Kabel anzustecken. Ich glaube, die Akkus sind auch ein bisschen größer geworden. Der wohl größte Unterschied zum Vorgänger und auch zu den anderen Sony Kameras, so auch zu meiner, ist aber, dass ein richtiges Klappdisplay à la Canon verbaut wurde, dass man zur Seite aufklappen kann, drehen kann, also das, was sich im Prinzip fast alle Vlogger zum Beispiel auch in den letzten Jahren gewünscht haben. Wir haben nun also ein vollwertiges Klappdisplay und nicht nur eines, was man nur so semi-praktisch im Winkel auf der Rückseite verstellen kann. Das ist bei vielen Sony Kameras, so auch bei meiner, noch der Fall. Das wohl spannendere ist hier aber die Technik. Es gibt zwei kleine technische Daten, die wirklich einen enormen Unterschied bewirken. Zum einen ist es die 4K-Aufnahme bei 120 Bildern pro Sekunde. Das ist natürlich vor allem für Slow-Mo genial. Und dann noch zusätzlich in Kombination mit der 10-Bit-Aufnahme. Das ist vor allem für die Profis unglaublich stark und hebt die Videografie nochmal auf ein ganz neues Niveau. Das führt natürlich auch dazu, dass die Kamera recht teuer ist. Ich kann nur davon träumen, aber ich bin mit meiner Sony Kamera aktuell auch noch sehr zufrieden. Wenn ich mir aber eine neue Kamera kaufen würde, dann definitiv die Alpha 7 S3. Auch wenn man wirklich gucken muss, ob man so einen Full-Frame-Sensor mit den ganzen technischen Daten und den Funktionen, die die Alpha 7 S3 nun mit sich bringt, braucht. Wir machen weiter im Oktober. Da kam für mich persönlich das nächste Highlight auf den Markt, das Google Pixel 5. Das schien für mich zunächst sehr unspektakulär zu sein, bis mir dann klar wurde, dass Google mit diesem Gerät einen vollkommen neuen Ansatz verfolgt. Das Smartphone kostet nun nicht mehr um die 800 Euro wie seine Vorgänger, sondern 600 Euro. Und somit wurde im Prinzip die Klasse des Smartphones geändert. Wir haben nun kein High-End-Smartphone mehr, sondern ein Smartphone der oberen Mittelklasse. Das macht sich zum Beispiel auch beim Prozessor bemerkbar. Wir haben nämlich keinen High-End-Prozessor, sondern nur den Snapdragon 765G. Die Performance soll recht gut sein, aber für das nächste Pixel würde ich mir trotz des gleichen Preises einen besseren Prozessor wünschen. Ich würde mir vielleicht auch wünschen, dass Google das macht, was OnePlus damals gemacht hat, dass man einfach den High-End-Prozessor aus dem letzten Jahr nimmt, statt einen aktuellen Mittelklasse-Prozessor. Dann geht das im Prinzip auf mit der guten Performance. Die High-End-Prozessoren aus dem Jahr davor sind meistens nämlich noch ein wenig besser als die Mittelklasse-Prozessoren aus dem aktuellen Jahr. Man muss dennoch sagen, dass Google die anderen Aspekte des Gerätes wirklich gut hinbekommen hat. Wir haben wie letztes Jahr auch eine sehr gute Kamera. Wir haben nur zwei Kameras. Gemäß des Google-Mottos, lieber Qualität als Quantität, also nur eine Haupt- und eine Weitwinkelkamera. Das Display ist recht gut, 90 Hz, OLED ganz normal. Und auch ansonsten ist das Design interessant. Die Farben sind dieses Jahr auch sehr interessant. Und wir haben insgesamt ein sehr solides Gesamtpaket. Vor allem das Vorderseitendesign gefällt mir sehr gut, weil Google es scheinbar hinbekommt, als einziger Hersteller oder als einer der einzigen Hersteller kein dickes Kinn unterhalb des Displays zu verbauen. Deswegen hat mich das Pixel 5 insgesamt sehr überzeugt. Vielleicht wird mein nächstes Smartphone, wenn diese Strategie fortgeführt wird, auch ein Google Pixel. Aber ich werde dann sehen, für was ich mich dann irgendwann in ein paar Jahren entscheide. Im Oktober könnte ich vielleicht als zweites Highlight noch das iPhone 12 Mini aufgrund des Formfaktors erwähnen. Das war wirklich eine Besonderheit. Alle Smartphones werden größer, 6,7, 6,9 Zoll. Das iPhone 12 Mini hat eine erfrischende Ausnahme gebildet mit seinen 5,4 Zoll und dem dünnen Displayränder. Und ich hoffe, dass wir da in Zukunft noch einige kleine Smartphones sehen werden. Mein letztes Highlight dieses Jahr ist der Umschwung von Intel-Prozessoren zu Apple-Prozessoren bei den Macs. Das zeigt für mich einfach, was in der Zukunft möglich sein wird. Vor allem bei Apple, die sich ja in gewisser Basen in einer Vorreiterrolle befinden. Die anderen Hersteller müssen sich da wirklich anstrengen. Das MacBook Air zeigt einfach, wie es geht. Diese Performance mit dieser Effizienz in der Akkulaufzeit, mit dem Formfaktor und vor allem auch zu dem Preis. Der Preis ist ja gleich geblieben, was bedeutet, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis nochmal deutlich besser ist. Ich bin einfach gespannt, welche Apple Macs in den nächsten Jahren noch mit ARM-Prozessoren auf den Markt kommen. Es sollen ja bis 2022 alle umgestellt werden. Und auch mein nächster Mac wird dann natürlich ein ARM-Mac werden. Mal gucken, was sich da noch tut. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Es waren zwar nicht besonders viele Highlights, aber es waren die, die mich wirklich begeistert haben. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche Highlights hinzuzufügen hättet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video auf jeden Fall vor Neujahr nochmal wieder. Tschüss.